Das heutige Horoskop, Skorpion, 4. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Die geerdete Energie von heute wird Ihnen das solide Fundament geben, das Sie suchen. Mentaler Merkur, unser kosmischer Botenplanet des Geistes und der Kommunikation, verbindet sich in einem Sextil eng mit dem mächtigen Saturn. Wann immer sich diese beiden himmlischen Kräfte vereinen, wird es Ihnen helfen, langfristig mit Ihrem Lebensgefährten zusammenzuarbeiten. Wenn Sie Verträge unterzeichnen müssen, insbesondere in Bezug auf Vermögenswerte, Investitionen oder Vergleiche, wäre dies ein großartiger Zeitpunkt dafür. Die besten Pläne sehen eine starke Verbindung von Merkur und Saturn vor, und genau das bieten Ihnen die Sterne jetzt. Woran möchten Sie arbeiten? Sich einem Leidenschaftsprojekt zu widmen, kann entmutigend sein, besonders wenn Sie mit einer kreativen Blockade zu kämpfen haben. Daher sind Sie möglicherweise zu streng mit sich selbst, wenn es darum geht, in Ihrem Arbeitsleben ein kreatives Unterfangen zu verfolgen. Glücklicherweise könnten Sie die Chance haben, Ihre Meinung zu ändern, wenn Merkur im Steinbock im Sextil mit Saturn in den Fischen steht. Ein Gespräch darüber, was Ihnen im Weg steht, kann Ihnen helfen, sich leichter und selbstbewusster zu fühlen, sodass Sie ein leidenschaftliches Projekt in Ihrem Arbeitsleben verfolgen können. Nur wenige Tage nachdem Sie als Vollmond aufeinanderprallten, sind Sonne und Mond wieder in Harmonie und auf eine Weise, die viel Selbstvertrauen und Bewusstsein in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere schafft. Abseits des Trubels der Arbeitswoche hilft es, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, wenn Sie den Mond in Ihrem Karrierebereich haben und gleichzeitig einen freundlichen Aspekt zur Sonne an der Einkommens- und Planeten an der Jobfront haben. Wenn Sie dem Rat von gestern folgen würden, würden Sie vielleicht den Vorteil verspüren, Ihre persönliche Energie in sich zu behalten und sie nicht an andere Menschen oder Situationen weiterzugeben. Versuchen Sie darauf aufbauend, sich heute auf Ihren Atem zu konzentrieren. Treiben Sie Sport und nehmen Sie Ihre Mahlzeiten langsam und bewusst zu sich, damit Ihre Atmung bei allem, was Sie tun, Priorität hat. Der Rhythmus Ihrer Atmung ist der Leitimpuls zur Aufrechterhaltung positiver Energie. Es ist nicht immer einfach, das Richtige für sich selbst zu tun. Konzentriert bleiben Es gibt ein Sprichwort, dass Liebe nicht in einer Wut-Explosion stirbt, sondern durch Vernachlässigung. An diesem Tag möchten Sie vielleicht an die Menschen in Ihrem Leben denken und an die Zeit, die Sie mit ihnen verbringen. So wie ich sie kenne, fließt ein großer Teil Ihrer Energie in Ihre beruflichen Ambitionen, allerdings sind die Menschen in Ihrem Leben für Sie genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Zeigen Sie Ihnen heute, dass Sie wichtig sind und dass Sie Ihnen am Herzen liegen, indem Sie ein wenig von Ihrer Zeit schenken. Lassen Sie sie wissen, dass Sie geliebt und geschätzt werden. Da Merkur heute Ihren Einkommensbereich verlässt, hinterlässt er Ihnen den klugen Kopf für Geld, den Sie brauchen, um im Spiel zu bleiben und auf den Beinen zu denken, aber auch mit dem Versprechen, dass er innerhalb von drei Wochen zurück sein wird. Eine rückläufige Wende wird dazu führen, dass Merkur vor Weihnachten zurückkehrt, aber bis dahin wird der Planet der Kommunikation die Chance haben, 21 Tage in Ihrem Kommunikationssektor zu verbringen und das zu tun, was er am besten kann. Merkur wird normalerweise nur 14 bis 15 Tage hier verbringen, aber zusätzlich zu den drei Wochen, die er diesen Monat hier verbringen wird, wird er nächsten Monat zurückkehren, um alles noch einmal zu tun. Bei perfektem Timing kehrt Merkur nur drei Tage bevor Venus nicht nur in den Skorpion zurückkehren soll, sondern auch um ihre Beziehungen noch einmal unter Druck zu setzen, in ihren Kommunikationssektor zurück. Wie die Planeten vor ihr wird Venus auf ihrem Weg mit Planeten in ihrem Beziehungsbereich zusammenstoßen, aber als Planet der Liebe wird sie wissen, wie sie dies in einen Vorteil umwandeln kann, wobei Merkur, die Rückkehr des Planeten der Kommunikation, den entscheidenden Unterschied macht. Täglicher Planetenüberblick Die gegenwärtigen kosmischen Energien drängen uns zu einer bedeutenden Entwicklung, aber die Reise ist nicht einfach. Es ist ratsam, einen maßvollen Ansatz zu verfolgen, insbesondere unter dem Einfluss des Löwe-Monds und wenn Merkur in den Steinbock eintritt. Transformation ist ein schrittweiser Prozess. Wenn Sie sich an eine konsistente Routine halten und gleichzeitig schrittweise Anpassungen vornehmen, können Sie Fortschritte erzielen, ohne Ihre Psyche zu überfordern. Das Erreichen des Gleichgewichts kann eine Herausforderung darstellen, daher ist es wichtig, den Stresspegel effektiv zu bewältigen. Obwohl Sie voller innovativer Ideen sind, fehlt Ihnen möglicherweise die übliche Energie oder Begeisterung, diese umzusetzen. Teilen Sie Ihren Angehörigen Ihre Gefühle mit, da diese möglicherweise nicht verstehen, warum Sie zögern, sich an Ihren Plänen zu beteiligen. Teilen Sie ihnen mit, dass Sie eine ruhige, einsame Zeit brauchen, um Ihr emotionales Wohlbefinden wiederherzustellen. Seien Sie in finanziellen Angelegenheiten maßvoll. Auch wenn Sie derzeit vielleicht zufrieden sind, sollten Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, insbesondere wenn Sie Geld leihen. Seien Sie vorsichtig, wenn Personen bei der Kreditaufnahme unzuverlässige Versprechungen machen und stellen Sie sicher, dass alles schriftlich dokumentiert wird. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern schützt auch Ihr Vermögen. Ihr gelassenes und selbstbewusstes Auftreten dient als natürliche Quelle der Vitalität. Selbst angesichts von Widrigkeiten meistern Sie das Leben mit Leichtigkeit und tauchen ohne zu zögern ein. Erwarten Sie etwas Besonderes, denn Ihre Mitmenschen werden von Ihrer Spontaneität fasziniert sein. Während sich Venus Ihrem Finanzsektor nähert und Merkur den ersten Schritt zum Abschluss dieses Berufsjahres einleitet, sollten Sie sich sowohl auf Einkommens- als auch auf Karriereaspekte konzentrieren. Die Planeten auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels in Ihrem Einkommensbereich erfordern immer noch Beachtung und bieten die Möglichkeit für einen umfassenden Fokus. Himmel für heute! Sie stehen vor Herausforderungen, die Ihre Aufmerksamkeit und Ihren strategischen Umgang erfordern. Es ist möglich, dass externe Faktoren, beispielsweise jemand, der gegen Sie arbeitet oder lediglich eine störende Präsenz hat, zu diesen Schwierigkeiten beitragen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, diesen Herausforderungen mit der gebührenden Aufmerksamkeit zu begegnen und sie anzugehen. Wenn Sie sie vernachlässigen, kann dies negative Auswirkungen auf Ihr Leben haben, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen. Nehmen Sie sich die Zeit, mit diesen Hindernissen umzugehen, um ein ausgeglichenes und stabiles Leben zu führen. Die Rückkehr von Merkur in Ihren Finanzsektor mag im unmittelbaren Kontext bescheiden erscheinen, sie hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Ereignisse in den nächsten zwei Monaten. Dies markiert den Beginn eines Prozesses, der verschiedene finanzielle Angelegenheiten in Gang setzt. Die Ankunft von Merkur bringt eine intelligente, analytische Perspektive in Ihre Finanzentscheidungen und bereitet Sie darauf vor, spontan zu denken. Dieser Schritt steht auch im Einklang mit den letzten sieben Wochen von Pluto, dem Planeten des Wandels und der Revolution, in diesem Sektor und markiert eine entscheidende Zeit für die finanzielle Transformation. Trotz des scheinbar reibungslosen Ablaufs sehnen Sie sich nach Anerkennung und Sonderbehandlung. Wenn Sie mit dem aktuellen Stand der Dinge unzufrieden sind, fühlen Sie sich vielleicht unempfänglich und unfähig, positive Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, noch einmal zu überdenken, ob Ihre Erwartungen realistisch sind und gegebenenfalls Wunschdenken aufzugeben, um Frustrationen zu lindern. Erwägen Sie, geplante Investitionen und Anschaffungen zu verschieben, um mögliche Rückschläge durch unvorhergesehene Ereignisse zu vermeiden. Behalten Sie die finanzielle Flexibilität bei, um auf unerwartete Ereignisse reagieren zu können und befolgen Sie keine Ratschläge, die nicht Ihren Überzeugungen entsprechen. Dieser umsichtige Ansatz trägt dazu bei, Ihre Ressourcen zu schützen und Unsicherheiten effektiv zu bewältigen.